Vier Jahre ist es her, als ich ein Versprechen abgegeben habe. Ein Versprechen an mich selbst. Ich habe mir vorgenommen, bis 2020 eine Million Menschen zu besseren Verkäufern zu machen. Jetzt ist es soweit. Die Vertriebsoffensive 2020 entsteht vor der Tür. Und ich komme in deine Stadt. Die Vertriebsoffensive dreht sich um praktikables und direkt anwendbares Wissen. Hervorragend, es war ganz toll. So dass du nach der Veranstaltung auch direkt echte Resultate auf deinem Bankkonto sehen kannst. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. Der Kreuter pusht einen so ungemein. Außerdem wirst du mehr Interessenten überzeugen und kinderleicht Neukunden gewinnen. Bist dir in ein Mindset reingeknallt? Ich zeige dir, wie auch du massiv deine Umsätze steigern kannst und von der digitalen Revolution profitierst. Super Impulse bekommen. Und weil heute mein Geburtstag ist, habe ich eine ganz besondere Frühbucheraktion für dich. Diese Wissenssicht hat mich komplett überwältigt. Du bekommst für die nächsten 52 Stunden mein Ticket für nur 49 Euro statt 699 Euro. Eine hochprofessionelle Veranstaltung mit vielen praktischen Tipps. Gehe jetzt auf vertriebsoffensive.de und sichere dir dein Ticket. Und beeil dich besser, die letzten fünf Jahre waren alle Veranstaltungen restlos ausverkauft. Veranstaltungen sind immer verkauft. Veranstaltungen sind immer verkauft. Veranstaltungen sind immer verkauft. Veranstaltungen sind immer verkauft.